karte lasst mir in ruhe der teller growth ist karte gebiet ist ein bisschen anstrengend immer jod das hier war jetzt der wagen jetzt gleich wieder heil waffen einsammeln und dann kann man sich ja was für die prozent machen wir mal schöne wechsel zwei missionen eine sache für die prozent ist das projekt so gefahren machen wir so weiter jetzt mal päckchen warte mal das ist nur schnell aufmachen ja daran sollte es aber jetzt nicht scheitern chance heute hier ist die karte naja ja genau die insel ist so gemacht zwei inseln ist eine ganz ganz keine land enge wo du gar nicht hinkommen ist richtig wo die beiden inseln verbunden sind deswegen ist es eine insel im endeffekt also ein land enge aber ich glaube es auch da berg ich noch großartig berge da ist ja nachher auch weiß ich wie heißt es ghost town oder sowas unsere geister stadt wo du gar nicht hinkommst regulär du kommst dann dodo glaube ich man den flygarten verfolgt können wir ja auch noch mal machen versuchen zumindest ich bin da wirklich so schlecht für aber egal gut eben sagen wir besorgen uns jetzt mal 84 haben schon eingesammelt ist der kugelschreiber wirklich weg und wer hat den geklaut keine ahnung 84 haben wir auf jeden fall schon gespeichert so guck mal hier in der nähe ich nehme jetzt kurz mein benji wir haben jetzt noch 85 und 86 müsste eigentlich hier unten irgendwie sein man sieht ja man hört es ja eine information ist noch machen wir danach ich meine ich irgendwie ein eingang für ein päckchen auf jeden fall hier war ein live icon nicht dass ich es bräuchte aber gut zu wissen nie also das haus war es nicht ja das päckchen ich mach mal ganz kurz einen kleinen cut ich bin gleich wieder da oder ich mach doch keinen cut ok vergesst es ich mach doch keinen cut alles gut so das war jetzt noch mal 86 da mit einer tür und dann 85 müsste auf der anderen seite dieser hochstraße hier sein jetzt das nächste keine ahnung wo ich glaube in der gasse oder habe ich so ein gutes gedächtnis war das in der gasse ja es war in der gasse krass 72 das ist die nummer 85 auf der karte gut 84 haben wir da ist ja auch in der wehe gar nichts mehr so richtig 81 wäre noch aber schon weiter weg wie gesagt raucht ja schon wieder ja wer hat da im hintergrund gerade so die tür geknallt das finde ich nicht okay da mal hier im park war ja ja kann ich wenn wir hier sind wo man mal die 79 wenn wir schon hier sind oh shit hier war die patrick rallye hier steht der patrick online da ist das päckchen müssen wir auch noch machen ich hab da kein bock auf die patrick rallye die ist so schwer so dass die 79 auf der karte 81 wollte ich eigentlich wird machen war ja komm ich jetzt am besten hin links abbiegen und einfach straße folgen ok machen wir so ja hoch ruckel ruckel gerade was ist hier los so hier genau da ist es auch schon die 74 und die 81 auf der karte gut 1 2 3 4 warte mal ich komme jetzt kurz was durch 1 2 3 4 5 6 7 8 10 flughafen ist 1 zumal waren das hier wir wollen jetzt die sechs brauchen war oder 1 2 3 4 5 bis überlegen das machen wir jetzt hier ja pass mal auf wir machen jetzt da mal so eine entscheidungssache wie machst du das jetzt welche nimmst du ja ich fahre jetzt einmal hier oben ist ein schicker tunnel tunnel hälfte nummer 1 bauarbeiten gesperrt also wegen bauarbeiten gesperrt ich denke mal was da ist werden wir in liberty city stories erfahren also die der liberty city stories kommt irgendwann erstmals weist die uns hat er erst an bevor wir bei liberty city spiel aber da werden wir erfahren was da drin ist es ist einfach so ein tunnel der geht da der verbindet hier einmal die beiden straßen hier jetzt nicht unbedingt so nötig hier ist der andere hälfte des tunnels naja verbindet die straßen ich schon wieder ging es mir gekommen was ist denn heute mit mir los so kommt auf päckchen ja auf 78 dabei ich will es jetzt noch nicht nennen warte 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 das auch gleich der passende wagen gerade da ist auch gerade gleich der passende wagen kartell wagen und zwar es gibt ja die kartell base ja also wenn das kartell ja haus hat das alles kartell halt auch eine base die base ist nämlich um die ecke da brauchen wir natürlich um da wieder rein zu kommen ist ja wir uns dort ein land halt so ein special tor ja warte mal das war hier unten naja das ist natürlich eine sehr schöne base geiles haus mit dem pool ist ein päckchen genau nämlich gleich mal mit ich meine das ist die nummer 78 jude dann haben die häuser hier zum teil noch ein paar ja